Es ist soweit, B-Kenner ist in Berlin, wir sind wieder alle vereint. Wir haben eine anstrengende Nacht und jetzt geht B-Kenner. Wir haben gehört. Komm mal zu der Jo-Leb aus der A-B, yeah. Was ist gut? B-Kenner. Die Crocs, ich hab doch gesagt, dass Crocs im Kommen sind. Soll ja nicht. Ich mein, es ist ehrlich, ich mein, es ist wirklich ernst. Was? Dass die am Kommen sind. Danke. Ich hab mir die nur wegen dir geholt. Scheiße. Wir kriegen seit Lächeln ein bisschen wie von Grinch. Geht so richtig weit hoch. Ich schwöre ein bisschen. Was ist denn? Du grinst noch? Tschüss. Wer ist da, oder? Nice. Das ist ein Kompliment. Wer ist das aber? Jungen kann man nicht wirklich kennen. Ich bist ja auch. Bist du gespannt? Kinderseele. Auf Rühren. Ich sag mir ehrlich, der wird mir, also... Das wird okay sein, aber... Wird okay sein? Ihr sagt alle 9 von 10, 10 von 10. Wird aber nicht guter. Hast du Stuttgart, Ataturka? Was sagst du? Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht so, aber... An sich ist schon ein guter Ding. Mhm, okay. Okay, dann für Spaß. Ich hab grad erfahren, der Mann bleibt bis zum 10. bei mir. 5 Tage oder so. Hab ich doch gesagt. Ist so dumm. Und es gibt deine weltberühmte... Tomatensitze. Aber die muss ich auch noch miterleben, sag ich ehrlich. Wie lange bist du da? Aber dann seh ich doch das Rezept. Ja, also du kannst eigentlich alles filmen. Also das war ich wirklich ernst. Und ich muss davor einkaufen gehen. Also hier... Ich darf nicht alles filmen bei deinem Rezept? Nein. Ich hab zwei Geheimzutaten. Zwei Geheimzutaten. Ich mein, das ist ernst. Er denkt, das ist Krabbenberger Geheimformel. Ist dann dumm. Er hat ein neues Handy, Leute. Das Ding ist, dass das Display Oberflächenverhältnis da sogar noch größer ist. Wie viel? Wie viel ist das? Ich weiß nicht wie viel genau, aber auf jeden Fall... 98,3 jetzt. 5 oder so. 98,5. Und... Nice. Schöne Farbe. Schöne Farbe. Schöne Farbe. Schöne Farbe. Hauptsensor. Weitwinkel. Manja. Warum macht Michael seinen Arm so? Guck mal, jetzt. Guck mal, jetzt. Das wird er präsentieren gerade nicht. Wie er gezittert hat seine Hände. Schöne Farbe. Schöne Farbe. Das ist peinlich schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie gut das Handy ist. Ja, das weiß. Das hast du mir riesig. Der lässt deine Haare wachsen. Den sind noch kurz, aber... Schöne Farbe habe ich nicht mehr. Ich bin spannend. Wie groß ist der? Guck mal, wie groß die keiner ist. Stell dich mal neben Marlon. Marlon, wie groß bist du? 81. Warum siehst du so groß aus? Ich sag doch, ich bin 1,91. Ich bin Salamander. 44,5. Du kriegst du 47,5. Was ist? Nein, ich sag das nicht. Was willst du? Er sollte gerade rote und weiße Soße bestellen. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Weißt du, wie er heißt? Ich kenne das. Hast du gerade gesagt? Bin ich gespannt. Hast du das Gefühl überhaupt bestellt? Sehr gut oder so. Ja. Und? Weil es einfach zu essen ist. Wie weg? Stache. Stache. Hast du Angst? Von der Babykatze? Nein. Guck mal. Hattest du Angst? Bist du dumm? Ich mag es. Ich mag es. Ja. Aufmachung Minuspunkt. Warum Minuspunkt? Das ist ja mit zu mitteln gewesen. Das weg ist gerade nicht so gut. Ich habe auf jeden Fall keinen Geschmack. Gib mir ein Feedback. Das Ding ist, dass ich den auf jeden Fall ein zweites Mal noch probieren muss. Weil ... Der Döner ist jetzt schon ein bisschen kalt gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen kann ich den nicht hundertprozentig bewerten. Aber ich muss sagen, am Anfang war der Boden los. Aber als ich dann zu den Soßen gekommen bin, die wirklich so schmecken konnte. Und dann kamen noch die Kartoffeln und so dazu. War schon lecker. Aber ich muss ihn auf jeden Fall ein zweites Mal noch mal. Also noch ein zweites Mal probieren. Eins bis zehn. Bis jetzt. Bis jetzt, Junge, du bist doch fast fertig. Ich meine, ich muss ihn doch ein zweites Mal probieren. Ja, einmal reicht doch jetzt. Nee, jetzt würde ich eine Sieben geben. Und was haben die Türkschen? Äh, die Stuttgarter Döner? So Alatürker? Nee, Alatürker spielt in anderen Liegen. Wo wir eine Drei gegeben haben. Alatürker kann man nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Art von Döner. Bilu Bilu. Ich muss sagen, kalt letztes Mal probiert. Erstes Mal Explosionen nehmen. Hast du das erste Mal gegessen? Erstes Mal, ja. Die Soßen sind für mich eine 9,5. Fast zehn sogar schon. Der war kalt. Oh kalt. Tschüss. Jeder wisst, es ist echt so eine Explosionen, weil da so viel drin ist. Ja, das Ding ist auch so, da gibt es ja nichts, was noch besser geht. Ja, ja, ja. Außer vielleicht, wenn ganz normale Döner sind. Mein Ding, wir haben das größte Placement der Welt. Aber die Soßen sind wirklich gut, muss ich sagen. Die roten. Weißt du, was die Sache ist? In anderen Bundesländern, was ganz wichtig ist, in anderen Bundesländern, weil die meisten Menschen, die machen die Soßen nicht drinnen, die klatschen eher oben drauf. Ja, das ist der Fehler. Das ist der Fehler. Ja, das ist eine geile Party, Leute. Eine Bahn mit Dings mit Bande, sorry, Bro. Erster Wurf, außer Kai. Er hat noch nie in Bullying gespielt. Was? Ja. Und was spielen wir? Spiel wir um Geld? Ich spiel noch gar nichts. Du wirst süchtig. Und was spielen wir um? Hast du dich um Ruhe, Junge? Hör jemanden um Geld spielen? Ich wär doch für mich. Würdest um Geld spielen, Nicoletta? Nein, ich wär auf die. Willst du um Geld spielen, Nicoletta? Ich spiele zum ersten Mal, was für Geld... Oh, Hach. Ja, okay. Ja? Ja? Steht die Wette jetzt? Ja. 100 Euro, wenn man Punkte macht. Bist du doof? Okay. Am Ende ist sie gut. Schäfer zieht mich ab. Oh, oh. Das ist natürlich nur ein Dänz. Nee, nee, nee. Ja, ja, das ist doch. Oh, 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 oh. You made me feel like. Ein Strike, meine lieben Mitmenschen. Strike heißt halt. Mal gucken. Schade. Oh mein Gott, Strike, aber... Er macht einen Zweig, dann sagt er auf entspannt. Sieben ist gut, sieben ist gut, mehr als Durchschnitt. Also was sagst du dazu? War es schwer? Ob es schwer war. Ja? Entspannst du? Nö, aber sieben ist okay. Auf entspannt? Auf entspannt. Ich kann es, ich kann es von Grund auf nicht. Du hast einen Sperr gemacht. Ja, weiß nicht was ich habe. Rort kann jetzt bohlen, Leute. Zittert er so. Guck mal, er zittert. Aber Leute, Supporter, das ist ein Supporter. Was ist das bei mir? Bei Eli bin ich im vierten, bei dir im zweiten, bei Willi im zweiten. Cool. Bei Rort? Bei Rort gar nicht. Bei Rort bin ich nicht so GTA-haftig. Bei meinem Backbone-Nummer. Hört ihr jetzt im Shop, abchecken. Alle bei Shop, ja. Zwei Korte Klonen. Ich freue mich so. Das ist glaube ich mein Lieblingsessen, ne? Und das ist einfach in der Fischermar. Und das ist ein bisschen peinlich. What? Erstmal, ich mach's Essen? Ich kenn die doch schon. Ja, Mann. Du stark. Ich liebe die Nudeln. Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Ja. Ja. Haben die alle meine verdammten Nudeln? Bella, sag was. Das war echt nicht schlecht. Entschuldigt, das ist mir schlecht. Das war besser. Ja. Wir sind noch kein Lächeln. Die Lächeln. Es schmeckt, es schmeckt, es schmeckt. Wir machen uns grad ready. Und dann gehen wir scheiß Basketball spielen. Verdammte Scheiße, Alter. Ich glaub aber, das wird ein extra Video. Gewinnst du gegen mich? Bist du wie viel spielen? Zehn? Wer jetzt erst zehn hat drei, Linie zwei, normal eins. Machst du sowieso keinen Dreier, Junge? Ja, du hast doch schon mal einen Maske, einzig, einzig. Das war zwei Sekunden aus Spaß. Und der Platz ist nass des Graunes. Das macht dich alle. Es geht um 1.000 Euro. Und um unsere Ehre. Wir haben über unser Leben diskutiert, wer der beste Spieler ist. Und jetzt ist der Tag der Abrechnung. Ich sag, das wird ein ganz kleines Ding. Ganz kleines Ding. Ja. Cool. Und meine Kamera ist mittlerweile auch die beste auf dem Markt. Vor allem die Videokamera. Und das sind Stats. Das ist diskutiert, ey. Hab ich letztes Mal gesehen, Digga, in dem Fotovergleich, Bruder, hast du richtig gepunktet? Das Ding ist, das ist ein altes Handy war. Das war wirklich ein altes Handy. Drei Jahre. Also das ist brandneu. Das ist niegelnagelneu. Ich hoffe es trotzdem nicht, Bruder. Was soll ich sagen? Wir laufen jetzt zum Basketballplatz, wo wir auch schon die anderen Challenges gemacht haben. Wir sagen euch jetzt schon mal, es wird kein super Niveau sein. Es wird dreckig gespielt. So ist es nun mal. Halt auf zu haten und zu sagen, wir sind voll scheiße und scheiße. Wir wissen, dass wir kacke sind, aber trotzdem geht es darum einfach, wer von uns gewinnt. Darüber geht es. Darum geht es. Sonst immer bei Basketballvideos, das ist voll schlecht. Ich spiele auch Fußball. Was soll ich machen? Was soll ich Basketball können? Trotzdem macht es Spaß, neue Sachen muss zu prügeln. Zeig mal ein bisschen. Mach nochmal. Ja, denkst du, ich spiele Basketball ohne Künstler? Mach nochmal. Hä? Ikenna. Ikenna, der kann spielen. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sein Wurf ging hier hin. Der ist hier aufgekommen. Ich finde, es ist ein bisschen basketball mit denen zusammen. Der Mann hat einfach einen Sleeve an und es ist so kalt. Leute, das war es mit dem ersten Vlog. Wir haben uns noch das 1v1 aufgenommen. Das Video dazu kommt morgen. Das war ein sehr knappes Spiel. Wort unterschätzt, Alter. Also 1.000 Euro Wette kommt morgen oder übermorgen online. Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Kommen jetzt wieder ein paar mehr Vlogs. Tage. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Leute, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check die Cards rein. Na aus und was willst mich drehen. Mit dem Legen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Boah. Boah. Yeah. Hey. Hey.